Deutschlandfunk. Kalenderblatt. 22. September 1918. Heute vor 105 Jahren wurde der NS-Widerstandskämpfer Hans Scholl geboren. Ein Beitrag von Monika Dietrich. Das kurze Leben von Hans Scholl endet am 22. Februar 1943 im Gefängnis München-Stadelheim unter dem Fallbeil. Um 17.02 Uhr wurde der Verurteilte dem Scharfrichter übergeben. Das Hinrichtungsprotokoll ist präzise. Scharfrichter Reichert löste so dann das Fallbeil aus, welches das Haupt des Verurteilten sofort vom Rumpfe trennte. Der Gefängnisarzt überzeugte sich vom Eintritt des Todes. Hans Scholl ist 24 Jahre alt, als ihn die Unrechtsjustiz des NS-Regimes zum Tode verurteilt und noch am gleichen Tag hinrichtet, weil er in Flugblättern zum Widerstand gegen Hitler und die Diktatur aufgerufen hatte. Dabei war er noch wenige Jahre zuvor ein überzeugter Nationalsozialist gewesen. Die Schnittmenge war bis 1937, 1938 zwischen Hans Scholl und dem Nationalsozialismus sehr groß. Robert Zoske hat eine Biografie über Hans Scholl geschrieben. Hans Scholl hat sich so verhalten wie die meisten im damaligen Deutschen Reich. Sie waren begeistert. Hans Scholl, geboren am 22. September 1918 in Ingersheim, heute ein Stadtteil von Kreilsheim in Baden-Württemberg, will zunächst mitbauen am neuen Deutschland. Er träumt vom deutschen Menschen, genießt eine Führungsrolle in der Hitlerjugend. 1935 ist er Fahnenträger beim Reichsparteitag der NSDAP in Nürnberg. Er stellt sich damit gegen seine Eltern, die den Nationalsozialismus kritisch sehen. Und typisch ist, dass er gesagt hat, wir wollen doch Flamme sein. Das heißt Flamme sein für eine Idee und auch bereit sein, sich dafür zu opfern. Ende der 30er Jahre gerät er das erste Mal in Konflikt mit dem Regime, muss sogar ins Gefängnis wegen homosexueller Kontakte. Und weil er sich in einer bündischen Jugendgruppe engagiert. Das ist verboten, es soll nur die Hitlerjugend geben. Es dürfte der erste Bruch gewesen sein, der ihn am Nationalsozialismus zweifeln lässt. Dennoch strebt er eine Karriere in der Wehrmacht an und reagiert zufrieden auf den Beginn des Krieges, von dem er sich eine reinigende Wirkung erhofft. Jetzt schon Medizinstudent, nimmt er für mehrere Wochen als Sanitäter am Westfeldzug teil. Vermutlich ein Schock. In einem Brief an seine Eltern schreibt er, Ich weiß nicht, ob ich unsere Metzelei noch lange mit ansehen kann. Und das ist der nächste Schubs, der ihn in Richtung Widerständigkeit gebracht hat. Noch weiter in Richtung Widerstand bringt ihn die Freundschaft mit Alexander Schmorell, auch er ein Medizinstudent in München. Die beiden verbringen viel Zeit miteinander, diskutieren über Freiheit, Leben, Werte, auch über das verbrecherische der NS-Diktatur. Sie verfassen und verbreiten bald Flugblätter unter dem Namen Weiße Rose. Im ersten Flugblatt heißt es, Leistet passiven Widerstand, Widerstand, wo immer ihr auch seid, verhindert das Weiterlaufen dieser atheistischen Kriegsmaschine, ehe es zu spät ist. Die atheistische Kriegsmaschine. Da wird auch deutlich, wie wichtig für Hans Scholl die protestantische Frömmigkeit ist, die er von seiner Mutter übernommen hat. Und das ist eigentlich eine ganz starke pietistische Frömmigkeit. Nicht eng und besserwisserisch, sondern ich habe eine persönliche Beziehung zu Gott, eine persönliche Beziehung zu Jesus. Und da frage ich mich dann, was würde Jesus heute tun und was soll ich darum auch tun? Und diese Frage stellt sich Hans Scholl vermutlich auch 1942, als er und sein Freund Alexander Schmorell an die Ostfront abkommandiert werden. Und beide erleben die Ostfront als schrecklich, Ob sie tatsächlich Erschießungen mitbekommen haben, ist nicht klar. Aber sie waren in Warschau im Ghetto und haben das gesehen. Und das hat sich zutiefst erschüttert. Zurück in München wächst die studentische Widerstandsgruppe. Jetzt schließt sich auch Hans Schwester Sophie an und unterstützt vor allem die Logistik. Hans und Sophie Scholl wissen um die Gefahr, als sie am 18. Februar 1943 Flugblatt Nummer 6 in der Münchner Universität auslegen und einen Stapel in den Lichthof flattern lassen. Sie werden entdeckt, vom Hausmeister und gefasst, wie auch viele andere Mitglieder der Gruppe. Hans Scholl stirbt 2 Minuten nach seiner Schwester unter dem Fallbeil. Im Hinrichtungsprotokoll gibt es noch einen Zusatz. Dort steht ... Seine letzten Worte waren Es lebe die Freiheit.